Hallo ihr Lieben, ich stricke gerade Socken und ich möchte euch heute mein Lieblingssockenbündchen vorstellen. Und zwar ist das dieses hier. Das ist ein einfaches Rippenmuster, allerdings stricken wir die eine Masche etwas anders ab. Und wie das geht, zeige ich euch gleich. Sonst, wenn euch das insgesamt interessiert, wie man einen ganz kompletten Socken strickt, dann schaut einfach unten in meiner Videobeschreibung. Ich habe eine Playlist, wo ich alles von Anfang an erkläre, von Bündchen, über Schaft, über Ferse oder hier die Bändchenspitze. Das alles drin enthalten. Hier auch diese Shadowrap-Ferse, die ich besonders gern stricke. Heute, wie gesagt, geht es jetzt mal nur um das Sockenbündchen. Die Wolle kann ich euch auch verlinken. Die ist von Opal, mit der stricke ich immer sehr gerne mit dieser Sockenwolle. Und zwar aus der Serie Fairy Tail. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob es die noch gibt. Mit der Farbe Burgfräulein. Ich kann es euch unten verlinken, wenn ich es noch finde. Genau. Und das wird jetzt hier ein Herrensocken. Ich habe da insgesamt 64 Maschen angeschlagen. Also für dieses Bündchen-Muster, was ich stricke, ist einfach nur wichtig, dass ihr eine gerade Maschenanzahl habt. Und genau, wie man Maschen jetzt zum Beispiel auch auf ein Nadelspiel aufnimmt, das habe ich auch schon mal erklärt, verlinke ich euch auch alles unten. Heute, wie gesagt, geht es nur um das Bündchen-Muster. Und zwar stricke ich immer eine Masche rechts, eine Masche links. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Allerdings stricke ich die rechte Masche verschränkt. Dadurch wird das Ganze hier plastischer, die verschränkten Maschen. Und das Bündchen erhält da so einen ganz schönen Look dadurch. Also normalerweise, wenn wir rechts stricken, stechen wir ja hier ein und würden die Masche rechts stricken. Bei rechts verstrengt stechen wir aber von oben hier in das hintere Maschenglied ein, auf der Rückseite. Und stricken das jetzt rechts ab. Das bedeutet rechts verschränkt. Ich zeige es euch gleich nochmal. Die nächste Masche stricke ich links. Und hier ist wieder die Masche, die stricke ich jetzt wieder rechts verschränkt. Also ich gehe, ich kippe das Ganze mal hier hinten rein und hole mir jetzt den Faden und stricke rechts verschränkt ab. Dann wieder links. Dann gehe ich wieder hier hinten rein und stricke rechts verschränkt ab. Ja und das war es auch schon, das ganze Geheimnis. Es handelt sich hier wie gesagt auch um ein Rippenbündchen. Es gibt ja auch ein doppeltes Rippenbündchen oder zweifach Rippenbündchen. Da werden dann zwei Maschen rechts, zwei Maschen links gestrickt. Aber ich wollte euch jetzt einfach mal zeigen, dass wenn man hier die rechte Masche rechts verschränkt abstrickt, dass das dann so schön plastisch zum Vorschein kommt. Ich kann es euch hier nochmal zeigen. Und es ist auch wirklich ein sehr schönes elastisches Bündchen. Und finde ich sieht einfach sehr edel aus. Ja, ich hoffe das Video hat euch gefallen und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, wenn ihr das Bündchen mal ausprobieren wollt. Bis bald, eure Maschenmarie.